Gleich, Brandy und Mr. Whiskers. Und danach ein Star für dich im Disney Channel. Aufwachen, 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 es ist Volldachten! Und zum schönsten Fest des Jahres kommt der frechste Film des Jahres. Eloise, Weihnachten im Plaza Hotel. Mit den größten Geschenken, den spannendsten Geschichten und einer Eloise, wie wir sie kennen. Ist dein Wunschzettel schon voll? Ein, zwei Sachen fehlen mir noch. Und wie viele sind es bisher? Nur 74. Und zum Fest der Liebe darf eine Romanze nicht fehlen. Ihr Zweck kennt euch. Es ist vier Jahre her. Waren, ich liebe Weihnachten einfach über alles. Eloise, Weihnachten im Plaza Hotel. Am 2. Advent, 14 Uhr. Der große Adventsfilm am Sonntag. Weihnachten im Disney Channel. Wolltest du schon immer wissen, wie Zeichentrickfilme zum Beispiel Kim Possible gemacht werden? Dann aufgepasst! Der Disney Channel präsentiert flottes Fingerfernsehen. Du bist zwischen 8 und 13 Jahre alt? Dann mach mit! Zeichne dein eigenes flottes Fingerfernsehen. Das schreit nach extremen Maßnahmen! Fordere dein Infomaterial an beim Disney Channel Flottes Fingerfernsehen Postfach 1246 in 85730 Ismanek. Oder im Internet unter www.disneychannel.de. Zu gewinnen gibt es eine Reise in die Disney Studios nach Florida. Dort kannst du den echten Kim Possible Zeichnern über die Schulter schauen. Und vielleicht wirst du ja auch mal ein Profi-Zeichner. Mach mit! Beim flotten Fingerfernsehen. Coole Sache! Äh, was meinst du? Flottes Fingerfernsehen mit dem Disney Channel. Oh, Whiskers, riechst du nicht, was in der Luft liegt? Ja, schon. Ich dachte nur du würdest es nicht riechen. Disney's Brandy und Mr. Whiskers. Jetzt im Disney Channel. Katie macht eine seltsame Bekanntschaft. Mein Name ist Blizzard. Ich kann mich unsichtbar machen. Der Beginn einer magischen Freundschaft. Was war das? Mit vielen Hindernissen. Denk nicht mehr an sie. Eine der wichtigsten Vorschriften von Archimedes lautet kein Kontakt zu Menschen. Die neue Freundschaft um Katies ganzes Glück steht auf dem Spiel. Warum ruiniert jemand meine Schlittschuhe? Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Was soll ich denn jetzt nur tun? Ein tierisches Weihnachtsmärchen von einem großen Traum. Blizzard.